Desiree landete bei Stranger Sins mit vier weiteren Personen im Bett, während ihr Mann Jörg zuschaute. Kurz nach der Orgie kam es zum Zoff. Hat sich das Paar mittlerweile wieder versöhnt? Bei der neuen RTL-Serie Stranger Sins geht es ziemlich heiß her. Verschiedene Paare leben in Mexiko ihre sexuellen Fantasien aus. Kandidat Jörg Hansen träumte schon lange davon, seine Frau Desiree beim Sex mit anderen Männern und Frau zu beobachten. Doch daraus wurde schnell ein Albtraum. Nach der Trennung drehte Desiree Pornos. Desiree ging im TV mit zwei Männern und zwei Frauen auf Tuchfühlung, während ihr neben dem Bett saß und zuschaute. Was er zu sehen bekam, passte Jörg jedoch überhaupt nicht. Angeblich warf Desiree einem anderen Mann Blicke zu, die er nicht von ihr kannte. Am nächsten Tag nahm das Ehedrama seinen Lauf. Jörg machte seiner Frau bittere Vorwürfe. Zwar verließen sie Mexiko als Paar, doch kurz danach kam es zur Trennung. Im Flieger zurück nach Deutschland haben wir schon gemerkt. Es ist nicht wie vorher, erzählt Desiree jetzt im Interview mit der Bild-Zeitung. Nach den Dreharbeiten Ohtjörg alleine nach Miami zu seinem Kumpel Bastian Jota ab. Desiree startete durch dagegen ein neues Business. Nach der Sendung habe ich angefangen, Pornos zu drehen, berichtet sie. Außerdem hat sich die Blondine einen Onlyfans-Account erstellt. Von Sex bis Nacktfotos und Porno, ich biete Fans das volle Programm. Drei Monate später stand ihr Jörg wieder vor der Tür. Mittlerweile arbeiten die beiden gemeinsam an ihrer Pornokarriere, wobei er meist hinter der Kamera steht. Jörg hat mit der Zeit gelernt, Liebe und Sex zu trennen. Das ist für mich jetzt das Geschäft, findet Desiree, wie schnell sich das Blatt doch wenden kann. Jörg 2 1 1 2 2 1